So, da sind wir wieder zurück in der noch halbwegs heilen Welt im Kamuro-Cho mit Jiajais und es gibt immer noch viel zu tun. Wir haben zuletzt einen Auftrag angenommen, um die verlorene Jacke aufzutreiben, die unser Klient mitsamt einer Tasche bei der öffentlichen Toilette hier in der Nähe im Jido Koen vergessen hat. Ein Date mit der Songwriterin Sana steht an und wenn das alles erledigt ist, geht es auch mit der Main-Story weiter, wobei wir Genda helfen müssen, Beweise dafür zu finden, dass seine Mandantin offensichtlich hinters Licht geführt worden ist. Es existieren verfängliche Fotos von ihr, die sie mit einem Mann vor einem Liebeshotel zeigen, was problematisch sein kann im Sorgerechtsstreit. Das weiß ich nicht genau, was da die rechtliche Grundlage ist, aber vielleicht finden wir das noch raus. Es wird also sicherlich nicht langweilig und als erstes würde ich sagen, nehmen wir uns hier der verschwundenen Jacke an. Hier gibt es ja auch schon einige potenzielle Gesprächspartner. Hallo. Ähm, entschuldige bitte. Hm, was ist? Ich suche gerade nach was und würde dich dazu gerne befragen. Wäre das okay? Warum geht's denn? Also in der Toilette dort drüben ist ein gelber Boston-Bag vergessen worden. Drinnen war eine Geldbörse und eine Jacke von hohem ideellen Wert. Ist dir zufällig was aufgefallen? Nö, ich hab nichts dergleichen gesehen. Aber, aber? Schau mal da, die Obdachlosen. Ich denke, vielleicht haben die was beobachtet. Sind eigentlich immer da, auch nachts. Ah, okay. Das ist eine gute Idee. Dann frage ich mal die. Ja, die sind immer sehr hilfsbereit. Manchmal erst, wenn man ihnen was gibt, aber das ist auch legitim. Darf ich kurz stören? Ich bin auf der Suche nach einer Tasche, die hier im Park abhanden gekommen ist. Habt ihr vielleicht was beobachtet? Was? Wieso? Verdächtigst du uns etwa? Nee, überhaupt nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich dachte nur, ihr seid öfter hier und habt vielleicht was gesehen. Die Tasche wurde bei der Toilette vergessen. Ein gelber Boston-Bag. Ja, ich weiß. Oh. Ja? Weißt du auch, wo der ist? Wenn du das wissen willst, dann kauf mir dafür eine Bento. Und zwar eine Makuno-Uchi-Bento. Hä? Was? Die Info gibt's nicht umsonst? Tut mir leid. Aber wenn ich hungrig bin, habe ich immer so Erinnerungslücken. Oh, und ich möchte eine Tonka zu Bento. Die gibt's auch direkt hier, um die Ecke beim Popo. Ja, bring uns Lunchboxes. Das wird uns sicherlich auf die Sprünge helfen. Hilft nichts. Muss ich wohl erst was kaufen. Hey, Todi. Jetzt behandelt doch Yagami nicht auf diese Weise. Der Mann hat mir das Leben gerettet. Ach krass, das ist Kondo von neulich. Also nehmt ihn jetzt bitte nicht aus. Mist. Okay, schon gut. Dann verraten wir es ihm so. Danke, Kondo. Ach, das ist nicht der Rede wert. Also. Was ist mit dieser Tasche jetzt passiert? Es war so. Nachts haben hier ein paar junge Typen rumrandaliert. War ziemlich nervig. Auf einmal rief einer, Lucky, komm, damit gehen wir jetzt ein Trinken. Das habe ich ganz genau gehört. Die sind dann aus der Toilette rausgekommen und ich habe gesehen, dass sie einen gelben Boston-Bag dabei hatten. Oh, das klingt ja nach einem Treffer. Kannst du die Nähe beschreiben? Ich erinnere mich nicht ganz genau an jeden, aber einer ist herausgestochen. Der war blond und hatte einen kurzen Bart und irgendwie so eine farbige Brille auf. Okay, den finden wir. Die waren vorhin auch schon wieder hier. Vielleicht sind die noch irgendwo in der Gegend. Vielen Dank für die Informationen. Hier in der Gegend. Wo wäre ein Ort, an dem sich junge Leute treffen würden? Vielleicht kann ich mich hier umhören. Wow. Das war mal eine nette Überraschung. Ich dachte jetzt echt, dass ich erst die Bentos besorgen müsste. Wahrscheinlich wäre das auch so gewesen, wenn ich Kondo nicht geholfen hätte mit dem Underground-Dog. Cool. Also wenn das wirklich so ist, dann habe ich mir genau sowas eigentlich schon immer von den Yakuza-Spielen gewünscht. Dass es ein bisschen mehr Interaktionen gibt zwischen den einzelnen NPCs in der Stadt. Das lässt das alles so viel dynamischer und lebendiger erscheinen. Wenn die da einige solche Sachen eingebaut hätten in das Spiel, dann macht es das aus meiner Sicht gleich um so viel besser, als es die bisherigen Spiele der Reihe gehandelt haben. Also als nächstes ein Ort, wo junge Leute abhängen. In der Gegend wäre hier das Game Center oder vielleicht auch gleich um die Ecke die Baseballhalle. Gucken wir vielleicht erst mal dort. Eine Makuno Uchi-Bento hätte der Obdachlose gewollt. Ist eine ganz typische Zusammenstellung. Eine Bento mit Reis, saurer Pflaume häufig drauf, Fisch und Gemüse glaube ich. Also so ein paar Beilagen. Und der Name kommt glaube ich aus der Theaterwelt. Maku bedeutet Vorhang und Uchi drinnen oder dazwischen. Also eine Bento, die zwischen den einzelnen Aufzügen, zum Beispiel bei einer Kabuki-Aufführung, vergessen wird. Die hier sehen vielversprechend aus. Die Kerle. Der Typ scheint dem zu gleichen, den der Obdachlose beschrieben hat. Entschuldigung, hört ihr mal bitte einen Moment her? Ah, was ist? In der Toilette da drüben ist ein Boston-Bagger-Panten gekommen, nachdem ich suche. Im Park. War ein Geldbeutel und eine Jacke drin. Hm? Klingelt es da vielleicht bei euch? Ne, ne. Darüber wissen wir nichts. Ja, genau. Was hat das denn mit uns zu tun? Ah, okay. Na ja, ihr könnt euch ja bei mir melden, wenn ihr was entdeckt. Ja, klar. Ne Jacke in der gelben Tasche. Wir halten die Augen danach offen. Ha. Jacke in der gelben Tasche. Wissen die echt nichts davon? Na, ich glaube, so genau hat er die Tasche gar nicht beschrieben. Äh, da wäre noch was. Was denn? Sind wir nicht fertig? Sehen wir einfach aus, das hätten wir nichts Besseres zu tun. Ne, ich meine nur, das was du gerade gesagt hast, das ist etwas komisch. Ah? Ich meine eine Jacke in der gelben Tasche, das waren deine Worte, oder? Ja. Und was ist damit? Hm, na, was daran komisch ist, wäre, dass du einen Detail genannt hast, das du eigentlich gar nicht wissen solltest. Hä? Was soll das? Ich meine folgendes. Dass da eine Jacke drin war, oder dass es eine gelbe Tasche war, und ich glaube, die Farbe wurde nicht genannt. Ich habe in keiner Weise gesagt, dass es um eine gelbe Tasche geht. Ach was, das war doch einfach seine Vorstellung davon. Mein Kumpel mag eben gelb, wie man sieht. Und jetzt die Leine. Seine Haare. Schwummverdächtig. Ich soll sie mir gut ansehen. Vielleicht haben sie die Tasche sogar dabei. Oder vielleicht finde ich auch einen der Gegenstände, die Akagawa gehören. Bei ihnen. Dann fliegen die auf. Okay. Müssen wir wieder suchen, aber erstmal muss ich jetzt die Katze, die ich da gerade schon wieder gehört habe, jetzt wirklich immer zu finden, entdecken. Ah, sie ist draußen. Aber ich kann nicht rausgehen, natürlich. Muss erstmal hier die Geschichte aufklären. Was, da eine Katze? Ja, ich will ja auch gar nicht raus. Ich mache einen Bogen um die Tür. So, was fällt hier auf? Entweder ein Geldbeutel kann ich finden, oder die Tasche. Ah, hier, die Uhr. Die gelbe Uhr. Die passt auch genau auf eins der Besitztümer Akagawas. Aber abgesehen von der Uhr kann ich nichts hier entdecken. Okay, und damit hat sich die Suche dann auch erstmal erledigt. Äh, diese Uhr da, ist das deine? Was? Ja klar ist das meine. Oder kannst du beweisen, dass ich die gezockt habe? Vielleicht kann ich ihn in die Falle locken. Darauf sind vielleicht die Fingerabdrücke meines Auftraggebers, oder auf dem Ziffernblatt sind seine Initialen eingraviert. Also, wahrscheinlich das mit dem Ziffernblatt, aber mal sehen, wie er die Frage stellt, wenn ich das mit den Fingerabdrücken nehme. Ich bin mir sicher, auf der Uhr sind die Fingerabdrücke meines Auftraggebers. Wie bitte? Was soll das? Die gehört mir. Und ich lasse sie sicherlich nicht auf Abdrücke überprüfen. Naja, ich kann dich nicht veranlassen, sie mir zur Überprüfung zu geben. Also, was soll der Quatsch? Das war nichts. Oh, aber ich darf direkt nochmal? Ah, da fällt mir ein. Auf dem Ziffernblatt waren die Initialen meines Klärenden eingraviert. Was? Da war doch gar nichts drauf, oder? Ah! Hm, reingefallen. Natürlich ist da nichts drauf. Ihr seid schon ziemlich verdächtig. Sag mal, was führst du dich hier eigentlich auf? Ja, jetzt reicht's. Wir knipsen dich aus. Okay, wenn wir eben mit Vernunft nicht weiterkommen, dann sprechen wir, wenn ich mit euch fertig bin. Versuch's doch nur, du Großmaul! Nicht unbedingt helle, nachdem ich ihn ja schon mal versucht habe, in die Falle zu locken, dass es dann trotzdem noch geklappt hat. Ei, ei, ei. Hier kann man auch wieder schön alles kaputt hauen. Dann habe ich den Fall gleich hoffentlich geklärt, nachdem ich die Typen vermöbelt habe. Ging auch ganz schnell. Na? Aua! Mensch, der Kerl ist mega stark! Wenn ihr nicht noch mehr wollt, dann gesteht endlich. Ihr habt die Tasche gestohlen, nicht wahr? Ja, haben wir. Wir geben alles zurück. Vergib uns! Haben aber nur den Geldbeutel und die Uhr. Und die Tasche? Und die Jacke vor allem? Das haben wir alles weggeworfen. Brauchen wir nicht. Was? Weggeworfen? Wirklich? Ja klar! In alten Kram will doch keiner. Lässt sich nicht mehr verchecken. Wo habt ihr sie weggeworfen? Auf einer Müllsammelstelle im Champion-Distrikt. Haben wir auch den Anorak gelassen. Okay. Mist. Dann muss ich noch weiter. Aber läuft ja relativ gut. Und das mit der Lunchbox konnte ich auch vermeiden. Gehe ich jetzt vielleicht als nächstes zu dem Date mit Sana. Ja, das wollte ich ja auch noch ausprobieren und mir ansehen, wie sich so diese Beziehung zwischen dem älteren Herren und der jungen Sängerin entwickelt. Hier kann ich sie also treffen. Winke, winke. Yagami, hast du lange gewartet? Nee, ich bin auch gerade erst hier aufgetaucht. Wir haben uns relativ kurzfristig verabredet. Schön, dass du trotzdem kommen konntest. Naja, ich freue mich über die Einladung. Dann ist ja alles gut. Okay. Soll ich ihr was schenken? Ah genau, ich habe ja noch was gekauft. Die teuren Ohrringe oder dieser Ring. Den hätte ich noch dabei. Also da steht auch, dass es vielleicht passt, wenn sie ein Star werden möchte. Probieren wir es aus. Ich habe dir übrigens ein Geschenk mitgebracht. Was? Wirklich? Ja, das hier. Bitte. Danke. Was meinst du? Ich freue mich darüber. Vor allem, weil es von dir ist. Ist irgendwas seltsam daran? Was? Äh, nein. Ich meine, ist das nicht etwas zu pompös für mich? Ach nein, überhaupt nicht. Die werden dir doch stehen. Okay. Ich werde sie ausprobieren. Irgendwann demnächst. War wohl doch ein bisschen too much. Ach Mist, Geld verschwendet. Aber deswegen schenke ich im echten Leben auch möglichst keinen Schmuck. Habe ich schon mehrmals versemmelt. Also Susanna, wo sollen wir denn hingehen? Na ja, ich komme ja vom Land. So in der Stadt wie hier habe ich noch nie so richtig was unternommen. Ich würde gerne irgendwo hingehen, wo man richtig Spaß haben kann und was erlebt. Wo sollen wir hingehen? Jetzt haben wir mehrere Sachen zur Auswahl. Entweder das Batting Center, das Game Center oder Darts. Äh, na, beim Batting Center geht auch was ab. Und was hältst du von einer Runde Baseball? Das macht ziemlich Laune. Oh, das ist eine gute Idee. Das habe ich noch nie ausprobiert. Super. Dann wollen wir mal. Hoffentlich war das wenigstens die richtige Entscheidung. Ist eigentlich auch eher ein junger Sport, aber vielleicht kann ich da ein bisschen angeben. Ich bin zum ersten Mal in einem Batting Center. Ob ich überhaupt treffe? Na, ich zeig dir mal, wie man das macht. Ja, wirklich? Ich bin gespannt. Okay. Jetzt muss ich hier beweisen, was ich drauf habe. Okay, dann machen wir schön den einfachsten Kurs. Mal sehen. Ah, ich kann hier nur diese Homerun-Kurses machen. Die sind, glaube ich, nicht ganz so leicht. Aber das Spiel hat sich ja nicht groß geändert. Seit Yakuza 6. Und Kiwami 2. Hui. Ah, kacke. Wieder zu früh gedrückt. Das passiert immer, wenn ich sehe, dass sich der Kreis bewegt, dann erschrecke ich mich. Shit. Der war zu spät. Fängt nicht unbedingt gut an. Aber wieder einer. Wo geht der jetzt hin? Ah, shit. Da wäre die erste Intuition richtig gewesen. Am besten ist das, wenn man das auswendig lernt, weil die Reihenfolge ist ja immer gleich. Ich muss sieben schaffen. Das ist ja illusorisch. Das kann ich jetzt schon nicht mehr schaffen. Dann kann ich noch was zur Makono Uchi-Bento sagen, die, wie ich meinte, ja zwischen den einzelnen Aufzügen einer Theatervorstellung gegessen wird. Aber ursprünglich waren das gar nicht die Zuschauer, sondern die Schauspieler, die zwischen den einzelnen Teilen eines Stücks leckere Lunchboxes bekommen haben, weil sie ja auch nicht viel Zeit hatten, was zu essen. Und diese Tradition ist dann auch beim Publikum angekommen. Ist irgendwie ganz schön, diese Lunchbox-Kultur in Japan, finde ich. Das kann ich gut verstehen, dass es was Besonderes ist, zum Beispiel auf einer Reise oder im Theater eine schön angerichtete Mahlzeit zu essen. Schmeckt gleich besser. Wie Freibadpommes in Deutschland. Was war denn los mit dir? Nicht so in Form heute? Äh, normalerweise kann ich das besser. Hm, es gibt solche Tage. Ach, shit. Das war echt eine Blamage. Da gab es jetzt keine Herzchen, die in den Luft fliegen. Mal sehen, was jetzt als nächstes passiert. Ah, das war spaßig. Sollen wir uns irgendwo reinsetzen und eine kleine Pause machen? Ja, das ist eine gute Idee. Das Rumgefuchteln macht schon etwas müde. Okay. Gibt es jetzt Kuchen oder geht es ins Casino? Was soll das hier heißen? Wir müssen über irgendwas sprechen. Die Themen sind entweder über den Kamuro-Jo, was für Hobbys sie hat. Lass uns ein Foto machen oder was magst du so für Männer? Fangen wir mal mit den Hobbys an. Nichts verfängliches. Was hast du eigentlich sonst so für Hobbys, Hanna? Außer Musik? Hobbys. Also auf jeden Fall kochen. Oh, du kochst gern? Was kannst du denn besonders gut? Ach, nichts Besonderes. Curry zum Beispiel. Oder Nikujaga. Nikujaga ist so ein Eintopf. Er erinnert auch ein bisschen an deutsche Küche und hat wohl seine Wurzeln auch in Westeuropa. Curry kann ja jeder. Oder du magst eben gern die einfache Küche oder Curry mag ich auch sehr gern. Du magst also gern Hausmannskost? Ja, bevor ich nach Tokio gekommen bin, habe ich ja auch immer zu Hause gelebt. Deshalb magst du diese Gerichte also so gern. Genau. Nikujaga, Hijiki, Kare. All solche Sachen. Klassisch japanische Hausmannskost. Neuerdings gibt es ja überall nur Fast Food. Aber das ist eigentlich nichts für mich. Was sind denn so deine Hobbys, Yagami? Ich prügel mich gern. Pinball oder ich erfinde gern Rezepte für Leute mit wenig Geld in der Tasche. Das klingt interessant. Ich denke mir gern Rezepte für den kleinen Geldbeutel aus. Hä? Was genau meinst du damit? Ich überlege mir Gerichte, die man mit wenig Geld kochen kann, die aber trotzdem lecker sind und satt machen. Hä? Oh, ich habe auch nicht viel Geld. Kannst du mir da was empfehlen? Ah, ja klar. Zum Beispiel, jetzt gibt es, äh, Probeessen im Department Store, glaube ich. Oder Tofu-Steak. Das klingt fast teuer. Oder Tenkasudon. Wohl Dombudhi mit Tempuda-Krümeln drauf oder so. Mal sehen, was er damit meint. Was ich erstaunlich gut finde, ist Tenkasudon-Budhi. Tenkasudon? Ja, genau. Man streut oben auf eine Schale Reis Tenkasu und haut dann Sojasauce drauf. Fast wie ein echtes Dombudhi ist es dann. Also sowas ist kein Rezept. Und Tenkasu, also Tempuda-Krümel, sind billig im Supermarkt. Manchmal kriegt man sogar welche umsonst. Wirklich ein Essen mit einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielleicht nicht sonderlich gesund oder nahrhaft, aber trotzdem. Oh, also das Rezept würde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren wollen. Hast du vielleicht noch andere Auflager? Nein, das war alles. Das ist jetzt die neue Auswahlmöglichkeit, aber vielleicht noch erstmal das andere probieren. Das mit dem Department Store, was ist das? Also, das kann ich nicht vollends empfehlen, aber... Was denn? Kauf dir einfach ein Onigidi, also ein Reisbällchen aus dem Kombini und geh damit in die Feinkostabteilung von dem Kaufhaus. Da gibt es viele kostenlose Probeportionen, die gut zum Reis passen. Eine volle Mahlzeit. Wenn man sich nicht schämt, dann kann man sich da gut voll essen. Nur täglich sollte man das vielleicht nicht tun. Das ist doch ein Witz, oder? Wie gesagt, empfehlen würde ich es nicht. Nimm mich doch nicht auf den Arm, Yagami. Hast du sonst noch irgendwelche Ideen? Dann eben das Tofu-Steak, auch wenn es teuer klingt. Wenn man Tofu in Schweinefett brät und am Ende noch Yaginiko-Marinade draufgibt, ist das fast wie echtes Fleisch, vom Geschmack her. Gesund und gleichzeitig relativ günstig. Das kann ich auch empfehlen. Eine Art leicht bekömmliches Steak also. Sicher auch lecker, wenn man noch eine Scheibe Schmelzkäse drauflegt oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich mag es auch gern, wenn man es mit etwas Miso scharf anbrät. Ah, das klingt echt lecker. Hast du sonst noch was? Nee, das wäre fürs Erste alles, was mir einfällt. Das war ein schönes Gespräch. Dann vielleicht zum Kamuro-Cho. Hast du dich mittlerweile etwas hier eingelebt? Ja, anfangs hat mich das alles etwas überwältigt, aber es gibt viele nette Menschen hier und es gefällt mir mittlerweile. Das ist gut zu hören, aber... Die Stadt ist mein Revier. Es gibt auch üble Typen hier, also pass bitte auf dich auf, oder... Es ist eine Stadt für Erwachsene mit vielen Versuchungen. Dann nehme ich mal das. Hier im Viertel gibt es aber auch viele üble Leute. Gib also acht, ja? Ah, wie heißen die noch? Genau, die Kerchenallianz. Die sind in letzter Zeit richtig übel am wüten. Ach, ja, die kenne ich. Einige von denen sind viel netter, als du vielleicht denkst. Was, nett? Ja, ich dachte auch erst, vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Aber die haben mir sogar applaudiert beim Singen. Was, echt? Dass du solche Kerle zu beeindrucken weißt, ist nicht schlecht. Einer von denen ist ein besonders treuer Fan. Wie heißt der nochmal? Kassai oder so. Kassai? Ich glaube, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Der geht immer total mit. Hat sogar seine Freunde mitgebracht, dass mich alle anfeuern. Alle hatten pinke Happi an und haben mir ganz doll applaudiert. Niedlich. Das muss ja echt eine einmalige Szene gewesen sein. So, dann könnte ich jetzt das Gespräch auch beenden, aber machen wir noch weiter. Ist vielleicht etwas spontan, aber wollen wir nicht ein Erinnerungsfoto gemeinsam machen? Ja, gerne. Na, das läuft doch ganz gut bisher. Jetzt noch den richtigen Winkel auswählen und den richtigen Gesichtsausdruck. Nein, natürlich fröhlich. Super. Nice shot. Ach, war gut, finde ich. Das ist echt eine schöne Aufnahme. Kannst du sie mir schicken? Ja, mache ich. Okay, dann fragen wir sie jetzt als letztes noch nach dem Männergeschmack, nachdem sie eigentlich schon aufgetaut ist. Sollte das eigentlich ganz gut gehen, denke ich. Was für Männer magst du eigentlich? Gute Frage. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Na, eher ältere oder eher jüngere? Älter. Auf jeden Fall. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Hm. So, so. Und was ist mit dir, Yagami? Magst du eher ältere oder jüngere Frauen? Das kann ich auswählen. Älter, gleich alt oder jünger? Nehme ich mal gleich alt. Also, am besten ungefähr in meinem Alter. Was? Wieso das denn? Na, wir sind ungefähr auf einer Wellenlänge dann. Können über dieselben Themen sprechen und so. Ja, aber wenn man das nicht ist, dann ist das doch auch sehr interessant. Ach, meinst du? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich mein, wenn sich bei Partnern das Alter sehr unterscheidet, gibt es durch den Generationsanterschied vielleicht sogar noch viel mehr Themen, über die man sprechen kann. Hm. Das kann schon sein. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Und vielleicht auch mal eine jüngere Partnerin haben. Da war sie jetzt aber wirklich sehr drauf erpicht. Und warum? Tja. Na, jedenfalls kann ich das nur begrüßen und empfehlen. Ich denke, das reicht erstmal. Hey, das ist doch die, die wir im Video gesehen haben. Ja, die Sängerin hier aus dem Kamurocho, richtig? Die ist echt süß. Ob das ihr Freund ist? Hey, ich glaube, die reden über dich, Sana. Ja. Vielleicht haben die die Videos gesehen, die du hochgeladen hast. Die scheinen wirklich populär zu werden. Ja, das freut mich, dass meine Songs bekannter werden, aber... Ja, das ist ein bisschen ätzend. Sollen wir besser gehen? Ja. Wow, was für einen Eindruck diese Videos machen. Du bist eine richtige Künstlerin geworden, was? Also, was ich hier alles erlebe... Ich hätte mir das nicht vorstellen können, als ich noch zu Hause gelebt habe. Seit ich angefangen habe, auf der Straße live zu spielen, haben die Videos im Netz auch gleich viel mehr Aufmerksamkeit erhalten. Na, das ist eben, weil du so eine tolle Wirkung auf die Leute hast. Eine freundliche Ausstrahlung. Das freut mich auch. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen furchteinflößend, wenn es zu viel wird. Du meinst, ich hätte auch ein Manager kontaktiert? Ja, ich will mir mal anhören, was die zu sagen haben. Wenn es Probleme geben sollte, ruf mich an, ja? Ja, danke. Es freut mich, dass ich auf dich vertrauen kann. Also, das Gespräch ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Können wir auch nichts falsch machen? Vielen Dank. Das war nett heute. Ich hatte viel Spaß. Cool. Gib doch Punkte. Ja, ich auch. Das ist echt seltsam. Mit dir vergeht die Zeit echt schnell. Eigentlich warten alle gern das Büro auf mich. Lass uns das wiederholen, ja? Aber gerne. Okay. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Ja, ja. Oh. Kommt doch schon direkt eine Nachricht hier aufs Handy. Und auch direkt von ihr. Hier ist Sana. Danke für heute. Das war schön. Das kann ich auswählen. Fand ich auch. Oder ich bin fix und alle. Das fand ich auch. Treffen wir uns bald wieder. Super. Ich habe mal Zeit. Also melde dich, wenn wir uns treffen wollen. Okay, mache ich. Ich bin traurig, wenn du mir nicht schreibst. Gut. Dann war das Date erfolgreich. Lauf ich doch jetzt als nächstes. Entweder Richtung Hotels. Oder vielleicht zu allererst mal in den Champion Distrikt. Um die Sache mit der Jacke zu klären. Das wäre vielleicht ganz gut. Ne. Erstmal kommt was. Wer ist das? Ja, Gami. Die Kerchenallianz ist wieder unterwegs. Mit ihren Leuten suchen sie nach dir. Und sie mischen wieder die Leute in einem Viertel auf hier. Okay. Dann geht das wieder los. Diesmal möchte ich den blöden Typen aber besiegen. Hier wäre auch schon direkt ein Boss. Ah, auch wieder unser Freund Honda. Er scheint genau dasselbe zu sagen, wie beim letzten Mal, dass sie einen Tiger geschickt hat und so weiter. Hoffentlich lose ich diesmal nicht ab. Dann suche ich erstmal einen Konter. Yes. Das ist doch ein guter Start. Mist. Da hätte ich schon blocken können. Ach, Kacke. War zu früh, glaube ich. Oder zu spät. Auf jeden Fall falsches Timing. Versuche ich es erstmal auf die herkömmliche Weise. Hab zwei Drinks. Okay. Ah. Ganz heilen tun sie mich nicht mal. Oh. Was ist das? Cool. Gibt es hier auch wieder diese Koop-Moves? Das wusste ich gar nicht. Habe ich wahrscheinlich dadurch bekommen, dass ich im Convenience-Store einen Freund gewonnen habe. Cool. Die gab es ja auch schon in ähnlicher Form in Kiwami 2. Es ist echt schön, wie das mit jedem Spiel immer umfangreicher wird. Yakuza 6 war noch so knapp bemessen. Und das hier fühlt sich, finde ich, jetzt wieder fast wie Zero an. Mit den ganzen Systemen, die hier am Laufen sind. Das ist richtig cool. Versuch mal diesen Wall-Move. Bei Gelegenheit. Kacke. Dann eben den. Bin auch schon wieder ganz schön beschädigt. Nehm lieber meinen letzten Drink. Und hoffe, dass es reicht. Ach Mist. Hätt's fast geschafft. Nochmal. Yes. Ha. Schön. Mal ganz kurz gucken, was ich sonst noch so dabei habe. Ich hätte noch ein kleines Health-Kit und ein großes. Aber die wollen wir nicht verschwenden, wenn es sich vermeiden lässt. Der Cider halt nicht viel. Und die ganzen Drinks auch nicht. Äh. Okay. War nur angetäuscht. Der ist halt so richtig fies. Der zieht einem gleich richtig viel ab. Das bringt fast gar nichts. Und das war jetzt aber auch wirklich der letzte. Scheiße. Er lädt sich auf. Das könnte knapp werden, weil er einen mit dieser einen Kombo wirklich richtig schnell, richtig übel zurichten kann. Ich darf eigentlich nicht weniger als die Hälfte meines Energiebalkens haben, weil wenn er mich dann greift, dann ist es wieder vorbei. Ach scheiße. Genau sowas. Ah, lass mich los. Was muss ich drücken? Okay. Einfach auf die Tasten hämmern. Bringt es auf jeden Fall. Ich habe auch leider nicht genug EX-Energie aufgeladen, dass ich jetzt hier eine Attacke starten könnte, wenn er am Boden liegt oder so. Ah. Mist. Shit. Oh je. Genau das wollte ich verhindern. Komm schon. Shit. Ich muss mich unbedingt heilen. Das bringt gar nichts. Das ist alles nur Quatsch, was ich dabei habe. Ach man. Soll ich es einfach wagen? Ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Menü gehe, dann greift er mich wieder mit so einer harten Attacke. Ach. Egal. Ah, Glück gehabt. Oh nein, nein. Oh je. Schnell. Kurz ein bisschen Abstand, dann irgendwas schnappen. Ich will nicht wieder verlieren. Jetzt keine Fehler machen. Okay. Wow. Ist schon cool, dass man nicht so viele Drinks dabei haben kann. Das macht das am einiges spannender. Den habe ich jetzt ein bisschen gecheased. Aber ging auch nicht anders. Ich hoffe, diesmal kriege ich dafür dann auch keinen Ärger. Wenn sich die Kayhin-Allianz dann wieder verdrückt. Jetzt erstmal neue Drinks. Her damit. Und jetzt Richtung Champion-Distrikt. Oder hier oben könnte ich auch nach dem Love Hotel suchen. Oder ich gehe einfach kurz um die Ecke was essen. Als allererstes. Ja, das ist vielleicht am allerschlauesten. Allerschlausten. Nochmal zu Ikinari Steak. Ah, jetzt steht hier mal anders. Und es wollen schon wieder welche kämpfen. Nix da. Gebt mir euer größtes Steak. Das ist wenigstens schön nahhaft. Gibt einfach mal ein Doppel-Steak-Menü. Puh. Wow. Mit ihm spreche ich jetzt erstmal nicht. Das war, glaube ich, der Gehilfe. Ah, nee. Lass mich mal in Ruhe. Ich muss in den Champion-Distrikt. Ja, das mache ich jetzt, glaube ich, als letztes noch. Da nach der Jacke suchen. Da gibt es zwei Side-Cases. Ich muss den richtigen auswählen. Den einen kenne ich noch nicht. Wow. Das war schön. Ich habe richtig Herzklopfen bekommen bei dem Kampf. Es ist lieber was Einfaches hier. Den normalen Handlanger von Kayhin. Diese Woche kommt dann jetzt ja auch schon Sekido raus. Das neue From-Software-Spiel. Das habe ich mir auch schon bestellt. Ich war erst ein bisschen am Hadern, weil ich auch so ein klein wenig Dark Souls-Fatighe habe. Habe diese Spiele so oft gespielt und auch nochmal das Dark Souls-Remaster im letzten Jahr. Aber nachdem ich mir dann nochmal so ein kleines Combat-Video angeguckt habe, ohne mich zu sehr zu spoilern, habe ich mich doch entschieden, dass ich Lust auf Sekido habe und freue mich schon, wenn es dann ankommt. Hoffentlich am Mittwoch schon, dass ich möglichst spoilerfrei dann die ersten Stunden spielen kann. Die Reviews sollen dann ja am Donnerstag rauskommen. Am meisten mache ich mir Sorgen, dass es mit der Performance nicht so richtig stimmt. Weil in der Vorab-Version hat Digital Foundry nichts gesehen, dass man jetzt da irgendwie die Framerate cappen konnte. Deswegen ist die Variable zwischen 40 und 50 Frames per Second und das finde ich immer ein bisschen schwierig zum Spielen. Andererseits hatte die beschränkte Framerate auf 30 Frames bei Bloodborne auch nicht die besten Ergebnisse hervorgebracht, da es beim Frame-Pacing immer Probleme gab. Lassen wir uns mal überraschen. Ich könnte es mir natürlich auch für den PC holen, aber habe jetzt erstmal zur Xbox One X Version gegriffen. Ah, hier ist tatsächlich die Tasche. Sehr gut. Oh, die Tasche ist echt noch hier. Aber leer. Wo ist die Jacke hin? Hey, wie wäre es mit einem Drink mit einer hübschen Lady? Gleich hier vorne. Willst du hier öfter auf Kundenfang? Hm? Ja klar. Ist schließlich mein Job. Ist dir kürzlich vielleicht jemand hier aufgefallen, der an dieser Tasche dran war eventuell? Hm. Na, im Müll hier suchen oft die Obdachlosen rum. Die kommen eigentlich jeden Abend. Danke, das hilft mir weiter. Ich schaue mich mal um. Hey, warte. Was ist mit den hüppigen Ladies? Wir haben große und kleine. Alles, was du willst. Nee, vielleicht ein andermal. Oh, und auch eine Nachricht kommt wieder. Schon wieder von Sana. Die spammt uns jetzt voll. Hallo. Heute sind wieder Zuhörer da, die schon mal da waren. Auch Kasai ist extra gekommen. Die Kayhan-Allianz ist auch wieder im Viertel. Hm. Deine Songs sind wirklich sehr beliebt, wie es scheint. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass alle hier waren. Aber... Was denn? Am schönsten ist es, wenn du zum Zuhören kommst, Yagami. Smiley. Ich komme auf jeden Fall wieder vorbei, oder... Ich komme mal wieder vorbei, wenn ich Zeit habe. Machen wir mal die nette Antwort. Ich komme auf jeden Fall wieder vorbei. Echt? Ja, versprochen. Ja. Finde ich blöd, sie zappeln zu lassen und zu sagen, ich komme mal, wenn ich Zeit habe oder so. Müssen ja nicht auf schwer zu haben machen. Keine blöden Spielchen treiben. Am anderen Ende des Viertelscheins auch weiter zu gehen. Die hier erledige ich natürlich noch schnell. Keine Kayhan-Allianz-Toleranz. Komm schon. Nicht so viel blocken. Das Video geht schon wieder relativ lang. Aber nach dem ganzen Besprechen von der Pierre-Taki-Affäre kann ich ruhig auch mal zehn Minuten länger machen, nachdem es am Wochenende kein Video gab. Ich schätze mal, da ist keiner böse auf mich. Hör auf, so lange Videos zu machen. Wann soll ich die alle gucken? Hat bis jetzt noch niemand geschrieben, zum Glück. Oh ja, das sieht doch nach der gesuchten Jacke aus. Kurz noch einsacken. Und dann rückt er sie hoffentlich raus. Hallo? Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Die Jacke, die du da hast, die war im Müll, oder? Das war ein Versehen. Kannst du sie zurückgeben? Nee, die gehört jetzt mir. Die war weggeworfen und ich recycle sie jetzt. Das ist ein Dienst an die Gesellschaft, den ich hier mache. Ja, aber wie gesagt, war das Wegwerfen ein Versehen. Die ist jemandem wirklich wichtig. Kannst du sie nicht wieder hergeben? Hör mal, Junge. Weißt du, wie kalt es nachts wird? Willst du, dass ich hier friere? Äh, nein, natürlich nicht. Die ist gemütlich und gefällt mir. Ich behalte sie. Ich will wieder in Richtung Wand gucken. Mist. Wie bekomme ich ihn dazu, die wieder herzugeben? Hm. Vielleicht tauschen oder so? Oder kann ich einfach noch mal mit ihm sprechen? Hallo? Sorry, aber die Jacke hat wirklich einen sehr hohen Wert für jemanden. Kannst du sie nicht wieder hergeben? Nein, ich habe nur eine Lage darunter an. Ohne die Jacke überlebe ich die Nacht nicht. Willst du mich wirklich umbringen? Nein, keineswegs. Dann lass mich also jetzt bitte in Ruhe. der sieht sich komplett im Recht. Vielleicht kann ich ihm einen Handel anbieten, wenn ich etwas gegen die Kälte für ihn besorge. Hm. Habe ich vielleicht irgendwas Passendes dabei? Sieht nicht so aus. Dann kaufe ich am besten im Donkey ein, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist auch gleich ein Taxi. Ja, da auf der Seite. Da schaue ich noch ganz kurz vorbei, ob es da etwas Passendes zu kaufen gibt, damit ich dann weiß, wo ich beim nächsten Mal weitermachen kann. Hier nach unten. Und wenn ich da eine Jacke finde, dann speichere ich auch ab. Laden, Laden, Laden. Eigentlich muss man sich da nicht beklagen, das geht relativ schnell. Habt ihr vielleicht irgendwas Warmes, einen Taschenwärmer oder eine Jacke oder so? Ha, ja. Ist wahrscheinlich extra für den Sidecase jetzt hier im Angebot. 5000 Yen. Super. Das sollte ihn gegen die Kälte schützen. Gut, dann geht es beim nächsten Mal mit der Jacke zurück zu dem Obdachlosen hier bei Jajais und irgendwann müssen wir uns auch noch um den Fall mit dem Ehebruch, mit dieser Scheidungsgeschichte kümmern. Hier gibt es auch noch einen weiteren Boss zu bekämpfen, das ist dann wahrscheinlich Kassai. Ich glaube, ich warte einfach nochmal ganz kurz, bis hier die 2% runtergetickt sind, denn es interessiert mich, ob ich jetzt wieder Ärger bekomme oder ob das ausgereicht hat, dass ich einen der Bosse besiegt habe im Kampf. Ich bin gespannt, was uns Herr Kim gleich sagt. Hm? Wer ist das? Großartig, Yagami. Du hast einen der Unterbosse der Kayhin-Allianz besiegt. Damit ist das Viertel wieder ein bisschen sicherer geworden und friedlicher. Ich habe dir ein kleines Dankeschön in deinem Postkasten hinterlegt. Hol es bitte ab, ja? Ah, cool. Okay. Das hat also wirklich gereicht. Gibt es diesmal keinen unerwarteten Ärger und da hat sich der knappe Kampf auch gelohnt. Dann macht's also gut. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Jajai's Shinigami no Juhi Gordon.